Hüntelar. Und jetzt der Schuss. Chance auf den Ausgleich. Der muss passen. Und wieder rettet er. An den Pfosten. Und jetzt die Chance. Jetzt ist er durch. Macht er ihn. Und das Tor. Das könnte gefährlich werden. Ist das der Ausgleich? Jetzt könnte es gefährlich werden. Er setzt sich durch. Und jetzt könnte es was werden. Er zieht ab. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Guter Pass. Das könnte Chance werden. Die Chance zur Führung. Super Einsatz vom Torhüter. Das ist der Ausgleich. Ja.